Tabaluga. Feuer. Eisland. Oh, sieh einer an. Eine Nachricht, nur für dich. Ich wusste immer, dass ich ein Glücksgeber bin. Das ist der Ort, an dem meine Mutter starb. Hier hat sie mich an Kolk übergeben. Das muss eine Nachricht von ihr sein. Augenblick, du glaubst schon nicht wirklich, dass... Das ist genau das, was ich glaube. Ach komm, es ist doch nicht so, dass da steht, wo du dein Vor... Okay, gut, irgendwie schon. Aber ich würde sagen, das ist eine Interpretationssache. Oh, komm schon, du kannst doch nicht ernsthaft nach Eisland wollen. Die Eisländer sind ein gemeines Volk, sogar noch schlimmer als gemein. Ganz gemein. Und Arctus ist der Schlimmste von allen. Das sagt Kolk doch immer. Das ist die Chance, mein Feuer zu finden. Aber, 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 aber... Verstehst du das denn nicht, Bulli? Ein Drache ohne Feuer ist wie... Wie ein Glückskäfer ohne Glück. Okay, das ist ein Argument. Aber gefallen tut's mir trotzdem nicht. Versteh das doch, ich muss das tun. Ich spüre es, tief in mir. Bist du dabei, oder nicht? Äh... Oh... Natürlich bin ich dabei! Oh... Und was ist das? Hallo, es heißt Eisland. Betonung auf Eis. Und jetzt lass uns los, bevor ich meine Meinung ändere. Aber ich werde Kolk sagen, es war deine Idee. Okay. Okay.